Musik Herzlich Willkommen! In Psalm 121, Vers 2 steht, Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Du stehst nicht alleine da, auch wenn deine Gefühle dir momentan vielleicht etwas anderes sagen. Wenn du schwach bist, ist seine Kraft da, um dir zu helfen, wenn du dich an ihn wendest. Meine Hilfe kommt vom Herrn, wenn du das sagen kannst. Das ist wunderbar. Oh ja, das ist wunderbar, wenn wir das sagen können, dass die Hilfe vom Herrn kommt. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute ermutigen. Was denkst du? Schick uns dein Gebetsanliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Die Infos sind eingeblendet und im Chat heute und auf gebet-admissionswerk.de und auch am Telefon bis 13 Uhr. Was denkst du? Du sagst, ja, was meinst du damit? Ich denke so vieles. Ja, du bekommst deinen Steuerbescheid. Du denkst, oh nee, ich habe nicht gerechnet, dass ich so viel nachzahlen muss. Eine Stromrechnung? Oh nein. Ist das hoch, kann ich das und alles zusammen noch und dann noch eine Kündigung und ach, irgendwo denkst du, beginnst du zu denken, ja, es geht irgendwie alles schief und alles den Berg runter und ich weiß gar nicht mehr, wie das alles noch werden soll. Und ich sage dir, du hast recht, das ist die Realität. Aber wie denkst du? Was denkst du? So wie du beginnst zu denken, ist ein Same, der wächst und wächst und wächst. Wenn du sagst, ach, es geht nicht und so weiter. Wie gesagt, Stromrechnung, Steuerbescheid, Kündigung, Realität, die ist da, die kann man nicht wegdenken, aber die folgen. Was denkst du? Welchen Samen legst du? Realität ist aber auch Gottes Wort, wo heißt, das Unmögliche macht er möglich. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Und all diese Dinge sind auch Samen, die wir legen können in unser Denken, wo wir sagen, es sieht so unmöglich aus, aber danke, Herr, danke, Herr, du wirst eine Lösung haben. Du zeigst mir, wie ich wieder zu Geld komme. Du zeigst mir, wie ich eine Wohnung finde, eine Arbeitsstelle finde. Gott hört Gebet und er sieht aber auch dein Denken. Und in Markus 4, 20 lesen wir, wenn wir uns auf Gott vertrauen, wenn wir sein Wort annehmen, bringt unser Denken, bringt unser Tun, bringt das Frucht und wir wollen Frucht bringen. Denn die Frucht dient auch uns, wenn es uns dann so gut geht. Wenn das Wunder passiert, dass der Steuerbescheid bezahlt werden kann, neuer Job und die Stromrechnung kann man bezahlen. Gott erhört dein Gebet. Und danke, Herr, egal was es jetzt ist, Stromrechnung, Kündigung oder was auch immer. Ich danke dir dafür, dass wir nicht anfangen, in eine Sackgasse zu denken, in das Unmögliche hinein, sondern, Herr, dass wir uns dein Wort zurate ziehen, Herr, wo Lösungen drin sind, Herr, wo Wunder drin sind. Lass uns diese Wunder erleben. Danke. Amen. Amen. Wir möchten für Menschen beten. Und da schreibt uns eine Mutter für ihre Tochter. Ängste vor einer Knieoperation sind da. Bitte betet für die Knieoperation meiner Tochter um wunderbares Gelingen. Sie hat sehr große Angst davor. Bitte betet, dass sie die Ängste verliert und schnell wieder fit wird. Danke für eure Gebete. Jesus, wir danken dir, dass diese Ängste verschwinden. Du siehst diese Tochter, die diese Knieoperation vor sich hat. Aber du bist auch ein Gott, der heilt. Und du kannst auch dieses Kniegelenk wieder heilen. Danke, Jesus, dass gar keine Operation nötig ist. Wir danken dir einfach für Ströme der Heilung, Ströme des Segens, Ströme deiner Gegenwart auf dieses Knie, auf diese Tochter. Und ich danke dir, dass jegliche Angst verschwinden muss vor dem, was vor ihr steht. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt. Und du bist ein Gott, der Ängste besiegt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Neue Arbeitsstelle nach Konkurs. Für Gott ist nichts unmöglich. Da schreibt jemand, ein Mann, Ich habe die Mitteilung erhalten, dass meine Firma, in der ich arbeite, Konkurs ist. Das ist ein Schock für mich. Bitte bete, dass ich trotz meines Alters eine neue Stelle finde. Bei Gott ist nichts unmöglich. Danke für euren Dienst und der Herr segne euch. Das möchten wir tun. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst und auch seine Situation. Und Jesus, wir haben schon so oft erlebt für Arbeitsstellen, dass du das Unmögliche möglich machst. Und ich danke dir, dass dieser Mann, dass du einen Platz für ihn hast, dass er eine Arbeitsstelle findet, dass du für ihn sorgst. Und ich danke dir, dass du ihn führst und leitest. Wir legen dir die ganze Situation in deine Hände. Und wir danken dir, Jesus, dass du auch für ihn eine Lösung hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Von einer Situation, die den Schlaf raubt, schreibt dieser Mann. Meine Frau und ich können kaum noch schlafen. Die finanzielle Situation ist derzeit sehr angespannt. Die Ressourcen sind fast aufgebraucht. Das Atmen fällt schwer und man ist so richtig eingeschnürt. Es ist nicht nur psychisch sehr belastend. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Bitte betet für uns. Danke, Herr. Herr, dass genau das, was ich vorher gesagt habe, woran denken wir? Herr, danke, Herr, dass das die Lieben zu Herzen nehmen und das Wunder erleben, dass sie wirklich aus dem Denkmuster rauskommen, des Untergangs. Und ein Denkmuster, Herr, das gegründet ist, auf deinem Wort beginnen, Herr. Herr, danke, Herr, dass dort was zu finden ist, Herr, was sie suchen. Und Herr, dass du dich finden lässt, dass sie Lösungen finden und dass sie Freude haben am Leben trotz ihrer Situation. Und ich danke dir dafür, Herr, für das Wunder, das sie brauchen. Danke. Amen. 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 Danke, Herr, Herr, für solche Dinge, wo wir nicht wissen, warum und wozu sie uns dienen. Herr, ich danke dir dafür, aber, Herr, dass du der Heiler bist. Herr, auch über diesem Auge, Herr, sprechen wir Heilung und Wiederherstellung aus, ein Wunder aus, Herr, dort, wo Ärzte nicht mehr weiter tun können, obwohl sie es möchten. Herr, ich danke dir, Herr, dass dieses Auge gerettet wird und wieder richtig 100 Prozent sieht. Danke. Amen. Amen. Gott tut wunderbare Dinge. Und da möchten wir auch heute wieder Zeugnisse hören. Gott hat ein Ja für Ehen und hat Gebet erhört. Vor einigen Wochen habe ich unter Tränen mein Gebetsanliegen an euch geschrieben. Meine Ehe war am Ende. Gott hat eingegriffen. Es kam wieder Frieden und Vergebung in unsere Ehe. Und wir werden uns Hilfe holen, damit Konflikte besser gelöst werden können. Danke, Gott, für dein Ja in unserer Ehe. Danke, dass ihr für uns und unseren Sohn gebetet habt. Wie wunderbar, wenn Ehen wieder heil werden. Ein Darm wurde geheilt, eine Frau berichtet. Mit großer Freude möchte ich mich für eure Gebete bedanken. Im August habe ich mein Gebetsanliegen an euch gesandt. Lange Zeit hatte ich Probleme mit dem Darm. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Danke dem Herrn und mein Gott kann. Was für eine wunderbare Aussage. Manchmal muss man schmunzeln, wenn Gott Gebet erhört. Sogar die Züge lenkt er zum Guten. Ich habe euch das Anliegen für eine bessere Zugverbindung nach Zürich gesendet. Es wurde erhört. Ich bin erleichtert, dass ich keine halbe Weltreise machen muss, um an meinen Arbeitsplatz zu gelangen. Ich habe Gott gedankt. Es ist gut. Vielen Dank für eure Gebete. Ja, Gott weiß, was wir brauchen. Und er lenkt auch Züge. Gott tut Wunder. Ein Mann schreibt folgendes Zeugnis. Ich habe von dem Gebetserlebnistag viel erwartet und viel, viel mehr bekommen. Als Isolde gegen Herzleiden und Schwindel gebetet hat, spürte ich eine Wärme in meiner Brust. Und mir wurde bewusst, welche eine Liebe und Kraft in mir wirkte. Ich gelte als schwerst herzkrank, führe aber ein ganz normales Leben ohne Einschränkungen. Das geht nur durch meinen Heiler, Jesus Christus. Dankeschön, Jesus. Für mich ist es ein Wunder. Ja, das ist doch wirklich ein Wunder. Und noch ein kurzes Zeugnis zum Schluss. Eine Frau schreibt kurz und bündig. Danke für eure Gebete. Ich bin von der Thrombose befreit. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Ja, wenn man das mit den Zügen hört, um was sich Gott kümmert. Der eine würde sagen, ah ja, Zufall. Und ich sage dir, Gott erhört dein Gebet. Hast auch du eine wunderbare Sache erlebt? Lass es uns wissen. Lass es uns wissen. Und ich sage dir heute als den Tipp für heute, wirf alles, wirf alles, was irgendwie dich bedrückt, wirf alles ans Kreuz. Denke. Und wenn ich sage, denke positiv, ich möchte nicht ins Esoterische reingehen, sondern denke wirklich nach Gottes Wort und erwarte dort ein Wunder, wo es gar kein Wunder du vermutest. Und du darfst uns gerne deine Anliegen schicken. Wir beten für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und heute darf ich dir sagen, das nächste Magazin, das neue Magazin ist da. Hast du es noch nicht bekommen? Du kannst es kostenlos bei uns bestellen auf unserer Webseite. Und wir würden uns freuen, dich einmal persönlich hier in Karlsruhe begrüßen zu dürfen. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank.